Krokodile! Du bist wirklich stur, Miss Wednesday. Was ist mit Miss Bloody Sunday passiert? Sollte dich eigentlich erledigen? Sie ist weg. Haha, weg? Erzähl kein Unsinn, junge Dame. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber jedoch ist nicht erledigt. Ich bringe dich dazu, mir zu erzählen, was passiert ist. Ich muss den Skrat mal den Könige. Ja okay, es ist irgendwie so, als wenn wahrscheinlich die nicht da ist. Also die böse Robin sozusagen, wo sie noch nicht zu den Schrohüten gehört hatte.